Hallo meine Lieben, wir sind hier zur neuen Folge von Shift Happens. Ich glaube die vierte Folge ist es nun und ich werde schon wieder rumgeschleudert. Wunderbar. Ich habe wieder den Svensson im Gepäck. Hi Svensson. Guten Tag. Hallöchen. Und in der letzten Folge war alles ein bisschen, ja, sagen wir mal, verbesserungswürdig. Ich hoffe, das können wir dieses Mal umgehen. Oh. Ja, warum nicht? Ja, das beginnt fehlversprechend in jedem Fall. Super. Warte, ich mache mich mal groß. Hallo. Dein Hallo war gut, das war so beiläufig. Ich will hier keine... Geht so nicht. Ich kann dir das runterschmeißen. Achtung. Man erschlägt sich hier immer ganz gerne mal in diesem Spiel. Auf alle erdenklichen Arten. Yeah. Wie immer viel zu weit. Ich habe gehofft, dass es reicht. Nee, auf jeden Fall musst du groß sein dafür. Warum? Ach so, stimmt. Nee, eher doch, weil du sonst ertrinkst. Ja. Hä? Aber kannst du so weit springen? Nee, kann ich nicht. Man schmeißen vielleicht? Aber... Nee, man kann im Großen nicht schmeißen. Doch, ich warte, ich kann dich schmeißen. Da musst du dich aber im Flug groß machen. Ah, ja, versuchen es mal. Ja. Gut. Okay, eins, zwei, drei. Hey, wow. Das war jetzt schon eine Leistung. Das Ding ist, du musst aber jetzt wieder rüber. Ach nee, ich kann da, glaube ich, stehen. Soll ich es nochmal kurz versuchen? Wenn du drauf bleibst. Achtung. Ja, das geht so nämlich. Kommst du da rüber gesprungen? Versuch mal. Nein, du musst mich... Da muss ich dich grabben dabei, ne? Ja, musst du. Okay. Stay alive. Stay alive. Okay, alles klar. So. Und wieder groß machen im Flug, ne? Ja, danke. Okay. Okay. Aber, du... Ja, das geht, aber... Doch, du musst wirklich dastehen. Und dann müssen... Alter, das wird richtig schwer. Hilfe. Okay. Okay, dann... Sollen wir... Mach ich. Ja, mach ich. Okay. Du siehst ja, wenn ich losspringe. Ja. Nimm Anlauf und dann spring. Boah! Also in meinem Spiel war das schon zu spät. Ich war eigentlich schon im Wasser, aber es hat funktioniert. Das war knapp. Von daher, ich beschwere mich nicht. Okay, dann spring mal rüber. Oben auf das Ding. Jetzt habe ich voll Angst. Und? Ja. So, warte. So. Ich glaube, eine... Wir müssen beide eine Stufe... Hä? Du, tu dich mal groß. Ja. Ich gehe mal eine Stufe runter. Ach, das reicht schon. Okay, das reicht schon. Ja, Mensch. Der Svenson checkt es wieder. So einer. Warte mal. Okay. Schmeiß mich. Ach, ja, stimmt. Schmeiß mich. Schmeiß mich. Schmeiß mich. Oh. Oh. I'm sorry. Diesmal? Nein? Nein. Hallo? Why not? Nimm mich, nimm mich, nimm mich. Mach ich doch. Schmeiß. So. Mit vereinten Kräften. Richtig. Aber das klappt schon mal etwas besser als in der letzten Folge. Ja. Ja. Definitiv. Das war jetzt nicht ganz so nubig. Okay. Das war auch noch relativ machbar. Ja. Das stimmt. Und es war kein Bug. Das stimmt. Wenn du da rumspringen musst, dann ist das ziemlich doof. Ja, das... Da zählt es ja echt jede Sekunde, dass du da einen weggrappst dann. Ja, und da leidet dann auch der Spielspaß. Das ist... Ja, genau. Aber im Moment geht's. Oh Gott. Okay. Was zur Hölle? Ja. Da. Gegen den... Oh. Svenson schmeißen geht immer. Ah, cool. Das wurde... Au. Ja, da kommen wir mit dem Ding nicht rein. Ah. Selber schuld. Ja, ja. Hatte mich zu Wackelpudding gemacht. Ah, ja. Geht immer. Okay. Ah. Ah. Ich bin so intelligent. So, ähm... Hey. Was? Hä? Warum? Bin ich... Ja. Du... Ähm... Hä? Hä? Ach nee. Ach nee. Du musst mich kaputt machen. Die Kiste backt wieder. Nein, geh weg von der Kiste. Lass die Kiste in Rot. Neh, nicht. Wie panisch er einfach wird. Okay, die kommt da eh nicht durch. Das ist auch sowas, was du dir absolut nicht merken kannst. Dass diese Kisten einfach nicht durch diese Wände passen. Ja, ich hab's... Vielleicht geht's dir dann doch. Ah, okay. Du bist also ein absoluter Optimist. Fahrstuhl. Fahrstuhl fahren. Okay. Ähm... Jetzt ist er fasziniert. Ich merk's schon. Äh, warte mal. Da, 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 da. Ne, schmeiß mich mal. Wohin? Hoch? Da oben, ja. Naja, mit dem Schwung. Der war jetzt aber auch von dir ein bisschen in die falsche Richtung. Ganz dezent. Ich bin zu fett. Warte. Nein, nein. So, ja. Ne, warte, lass. So, jetzt. Dummheit siegt. Ne, erst nach links und dann rechts. Ah. Okay. Jawohl. Ja, gut. Ah. Äh, dieses Spielmechanik. Es macht mich fertig. Äh. Dich schmeißen. So. Ah. Mhm. Weißt du doch, wenn, wenn alles nicht mehr geht, dann einfach Svenson schmeißen. Funktioniert immer. Jawohl. So. Okay, da haben wir auch. Ah, dann müsstest du mich mal drüber schmeißen. Ah, ja. Oder ich schmeiß dich oder du schmeißt mich. Nö, 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 nö. Süß. Hüpft einfach mal in der Hoffnung, dass was passiert. Hm. Irgendwie passiert nichts. Ja. Äh. Äh. Ah, du kannst mich grabben. Ja. Ja. Nein, nach links. Klatsch. Ne, das passt auch nicht. Doch, wenn ich dich da hochschmeiße. Genau, dann ist das wieder so ein Aufzug. Moment. So. Ah. Und jetzt kannst du. Ah. Guck mal an. Mhm. So, jetzt haben wir das Teil da unten ein bisschen. Äh. Ja. Ähm, nee, das ist. Okay, dann müsstest du mich erstmal hier einmal hochschmeißen. Mhm. Gerade einen Moment. So. Nein. So nicht. So. Immer noch nicht. Nein. Nein. Nee. Okay, warte, ich hüpfe. Du müsstest dabei springen. Ja, ich hüpfe. Nein, sorry, wollte ich nicht. Nein. Falsche Taste. Nein. Ich muss drei gleichzeitig drücken, damit ist mein Gehirn einfach überfordert. Hey. Ach. Oh Mann. Ach. Äh, nee. Äh. Äh. Kannst du. Äh. Nee, geh mal. Ja. Ah, ja, warte, ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß es. So, jetzt hoch und ich will runter. Ja. Gut. Yay. Yay. So. Wir sind übelste Winner. Und wie zum Teufel komme ich hier raus? Gar nicht. Nein, ich hole dich. Moment. So. Ah ja. Mhm. Klar. Sehr gerne. Wie auch sonst. So, was haben wir hier? Okay, das geht verdammt hoch. Ups, ich bin runtergefallen. Ja, warum? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm. Kannst du das wieder? Ja. Darum ist so eine Brücke. Ach, dann schmeiß ich dich da mal hin, würde ich sagen, oder? Wohin? Vielleicht an die Brücken schmeißen. Manchmal fallen die dann runter. Nein, ich will dich. Ach Mann. Äh. Weiße. Nein. Ah. Warum? Hattest du eine Idee? Ja, ähm. Nee, eigentlich nicht, ne? So, da kommen wir hin, aber an das Teil. Ach. Bei mir hast du es jetzt einfach geholt durch den Bug. Ja. Ja, okay. Ja, manchmal hat man auch ein bisschen Tiss. Nennt man das dann schon Cheaten? Nö. Nö. Wir haben ja nicht aktiv da was gemacht. Okay. So, genau. Jetzt will ich dich auch mal gegen die Brücke schmeißen. Das macht Spaß. Aber der war nicht gut, der Wurf. Aber warte mal, du musst da irgendwas achten. Du musst dich groß machen. Ah, stimmt. Ja, ja, ja. Wayne. Bisschen spät, aber Wayne. Hier, warte. Komm her. Was? Da oben? Da, die Dinger. Da ist jemand böpselgeil. Äh. Jawohl. Komm her. Nee, komm her. Ich bin doch da. Put, put, put. Gut, fein. Nein, so nicht. Hm. Hm. Okay. Äh. 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 Kannst du mich hochschmeißen? Äh. Springen. Genau. Ja. Boah. Und jetzt mach ich nicht groß. So, und dann. Boah, okay. Das hat gut geklappt. Ja. Sonst hätte ich dich hochgezogen. Ja, es wird immer besser, obwohl eigentlich ja die Schwierigkeit höher werden sollte, ne? Ah, warte ab. Ich glaube, da kommt noch einiges. Ja, das denke ich eigentlich auch. Ding, ding, ding. Yay. Ich hab, hast du, warum hab ich eigentlich nur ein Auge und du hast zwei? Ähm. Bin ich... Du hast dein Auge vorne auf dem Bauch, oder so? Genau. Ich glaub's auch. Und ich hab das X dafür vorne. Keine Ahnung, warum. Ich war ein Pirat in meinem früheren Leben. Oder eine Kriegsverletzung. Ja, auf jeden Fall. Das Spiel ist so blutrünstig und voller Gemetzel. Okay, was ist das? Ein Sch... Ne. Äh, schmeißen mal wieder. Spring, schmeiß. Danke. Mhm. Aufzug? Ach, guck mal. Nein. Spring, spring. Wir müssen springen. Das ist ein Trampolin. Echt? So, warte. Nein, aber wir müssen abwechselnd. Sonst wird das nix. Echt? So. Zack. 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 Das funktioniert bei mir nicht. Also, bei mir springen wir immer gleich hoch und zwar beide. Na, jetzt du. Genau. Zack. Nochmal. Und nochmal. Oh Mann, das ging gerade. So nicht, siehst du? Inkompetenz. Da steht sogar ein Pfeilen. Ah, ich muss noch nach unten gedrückt halten, dann geht's irgendwie. Ne, wobei. Also, bei dir sehe ich, dass du den Trampolin-Bonus kriegst, aber ich irgendwie nicht. Vielleicht geht das nur mit dem, der nicht fett ist. Hä? Ja, das geht nur bei dem schmalen. Jetzt. Ach, ich muss, glaube ich, von oben kommen. Moment. Ach so, ja, das kann sein. Deshalb. Ah. Okay. Das kann natürlich sein. Achtung, jetzt. Ja. Da, sieh mal an. Wir hüpfen uns da einen ab. Ah ja. Das sah total bescheuert aus wieder. Unglaublich. Äh, Moment. Ja, ich hole dich. Nee, du musst unten den Schalter umlegen, glaube ich. Okay, okay. Das ist dann doch ein bisschen zu hoch. Okay. Genau. Und jetzt legst du ihn wieder um? Jetzt legst du ihn wieder um. Okay. So, dann kann ich mir nämlich da oben die... Stimmt. Was sind das eigentlich, die Dinge uns da holen? Ich habe keine Ahnung. Oder auch nicht. Man wird ja auch nicht bewertet, ne? Also wird ja nicht gesagt, ja, voll gut. Oder voll schlecht abgeschlossen. Das Level. Äh, ja. Von daher weiß ich eigentlich nicht, was die bringen sollen. Warte, stell dich mal da drauf. Hier? Achso, ja, warte. Ich müsste... Von oben, genau. Ah, ich komme aber nicht hoch. Nein. Achso, warte. Ah, ja, so, ja, nee. Hä? Ja, so. Ja. Spring mal, spring mal. Hä, warum? Nee, ich glaube, der Kleine kommt da hoch, oder? Kommst du da nicht hoch? Nein. Ich kann dich ja auch einfach... Ja, genau. Why not? Und jetzt kannst du groß machen, kannst mich holen. Genau, dann kann ich... Ja. Crap. Crap. Danke. So, und jetzt? Was auch? Da durchschmeißen. Oh. Hä? Wir können doch eigentlich immer durch die Dinge durchgehen. Ah, den Schalter leg dir nochmal um. Weiß ich, ob der damit verbunden ist vielleicht? Nee, nicht. Nö. Hä? Okay, dann... Oh, dann müssen wir alles nochmal machen. Ja, okay. War eigentlich nicht so tragisch, ne? Nö. Okay. Okay. Okay, warum wir da jetzt nicht drankommen, keine Ahnung. Soll ich mal versuchen... Oder wir müssen den Schalter da oben... Ja, geh mal hier rein. Also rechts runter. Genau. Und dann... So, hier. Und dann... Grab mich und dann hoch. Ja, und wir kommen jetzt zurück. Äh, gar nicht. Mh, ja, eben. Ich glaub, das ist... Keine Ahnung, warum. You failed. Oh. Okay, da oben die Kiste. Da kommen wir aber auch nicht mit Werfen dran. Nö. Ah. 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 Da sieh mal eine an. Okay. Hallo? Ja. Jetzt, genau, musst du sie davor schieben. Ist normal ungewohnt, wenn sogar dem Dicken eine Kiste einfach zu schwer ist. Das kommt nicht oft vor. Okay, was haben wir hier? Äh. Guck mal, da kommt was raus aus der Wand. Hä? Ich weiß nicht, wo ich dich hinschmeißen soll. Ja, ich müsste eigentlich nach oben, ne? Ja. Oh Gott. Das ist viel zu hoch. Du backst grad wieder so rum bei mir. Das ist unmenschlich. Ah, warte mal. Stopp mal, stopp mal. Schmeiß mich da nochmal gegen. Ich mach mich mal im Flug dick. Ah, okay. Okay. Ah, okay. Ah, okay, so hast du Schwung bekommen und ah, und so geht das Ding an. Ah, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Da links soll ich dich rüber? Okay, du schmeißt mich. Das ist natürlich auch gut. Wow. I'm coming. So. Aber es ist auch gut, dass das Spiel manchmal ein paar Tipps gibt, wenn man wirklich nichts draufkommt. Auf jeden Fall. Wenn man eine Minute vorsteht. Finde ich auch. Aber die Tipps erscheinen manchmal nur, wenn man sehr komisch steht. Oder ist das bei dir? Das ist ein bisschen tricky. Äh. Welches ist jetzt das schwerere? Also der... Hä? Der Kleine muss nach rechts vielleicht? Keine Ahnung. So hoch kommen wir, glaube ich, auch nicht mit Trampolin, oder? Ähm... Da wird's wieder erklärt. Von Klein nach... Von Groß nach... Hä? Ach, wir sollen uns transformieren, damit wir den... Also du musst auf jeden Fall... Hä? Also ich muss immer wechseln? Wir müssen immer wechseln. Ja. So hab ich das auch verstanden, aber... Alter, wie soll das denn gehen? Hä? Voll complicated. Aber warte, mach mal... Mach mal gar nichts. Mach mal gar nichts. Warte mal, ich versuch mal... Versuch mal was. Hä? Hä? Von Klein, Groß, Aufspringen. Und... Äh? Äh, nee, warte mal, man muss... Alter, das ist gar nicht so einfach. Warte mal. Bist du der Meinung, das Prinzip verstanden zu haben? Ja. Ah, ja. Yay! Ja, so. Voll gut. Mega. I'm proud of you. Und, äh... Jetzt? Ah, okay. Genau, so komm ich dann hoch. Musst du mich grabben. Mhm. Mensch, das hast du jetzt gerade echt gut gemacht. Warte mal, guck mal, da oben, das Teil. Nein! Sorry! Sorry! Ich wieder zu hektisch gespielt. Oh, es tut mir leid. Nächstes Mal bringe ich dir Kekse mit. Ja. 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 Oh Mann. Oh, verdammt. Sollen wir jetzt aber mal die nächste einläuten, weil dann haben wir mal mit einem Level abgeschlossen. Ja, ne? Das fände ich sehr gut. Richtig. Ähm, ja, wir hoffen, dann schätze ich mal das Fenster das auch oft, dass ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Richtig. Und, äh, ich kratze mich wieder an besonderen Stellen. Und, ähm, ja, wir hoffen, dass es weiterhin relativ gut funktioniert wie gerade. Ja. Und sagen dann mal Tschüss an alle. Bis... Alles klar. Dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.